Ja, wir sind hier seit zwei Tagen in Kommutov im Trainingslager. Wir sind etwas abgelegen, wie unser Trainer schon sagte. Wir sind aber gut untergekommen. Und die Mannschaft arbeitet sehr hart und sehr konzentriert. Und ich denke, wenn das noch drei Tage weitergeht, können wir einen guten Start für die Bundesliga entgegennehmen. Das war's.